Die einst enge brüderliche Beziehung zwischen Prinz Harry und Prinz William scheint seit der Veröffentlichung der aufsehenerregenden Memwaren des Herzogs von Sussex zerbröckelt zu sein. Prinz Harry enthüllte die drei Wortkommentare, die seinen älteren Bruder Prinz William wütend machten, wobei die Beziehungen zwischen den Brüdern auf einem historischen Tiefpunkt zu sein scheinen. In seinen Memwaren Spare vom Januar 2023 schilderte der Herzog von Sussex eine hitzige Konfrontation, die angeblich zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Laut Harry erreichten die Spannungen ihren Höhepunkt, als William Meghan Markle, Harrys Frau, als schwierig, unhöflich und aufdringlich bezeichnete. Harry beschrieb seinen älteren Bruder als Nachplapperer der Geschichten über Meghan, was 2019 zu einem hitzigen Streit zwischen den Brüdern in der Londoner Residenz des Herzogs führte. Während der Auseinandersetzung, so behauptete Harry, packte ihn sein Bruder am Kragen, zerriss seine Halskette und schlug ihn mit Gewalt zu Boden, was zu sichtbaren Verletzungen führte. Der Herzog von Sussex berichtete, dass er schockiert und verängstigt war und in der Küche Zuflucht suchte, um weiteren Konflikten aus dem Weg zu gehen. Trotz Williams Versuchen, sein Handeln als Hilfsversuch zu rechtfertigen, wies Harry die Erklärungen seines Bruders als irrational zurück. In seinen Mimwaren beschrieb Harry die rasche Eskalation der Auseinandersetzung detailliert und sagte, er stellte das Wasser ab, beschimpfte mich mit einem anderen Namen und kam dann auf mich zu. Es ging alles so schnell. So sehr schnell. Er packte mich am Kragen, zerriss meine Halskette und warf mich zu Boden. Nach dem Vorfall behauptete Prinz Harry, er sei angegriffen worden, während Prinz William sein Bedauern ausdrückte und sich später entschuldigte. Er behauptete, William habe ihm gesagt, er soll zurückschlagen, und erwähnte ähnliche Kämpfe, als sie Kinder waren. Harry sagte dann angeblich zu seinem Bruder, du hast mich angegriffen, worauf William antwortete, ich habe dich nicht angegriffen, Harold. Meghan bemerkte später die Abschürfungen und Prellungen und erzählte ihr von dem Angriff, aber sie war nicht so überrascht und war nicht so wütend. Sie war furchtbar traurig.